Hi Freunde, heute testen wir mal den 1 Kilo Color Vulkan von Klasek. Dieser Vulkan hat eine NIM von 700 Gramm. Diese 1000 Gramm, die vorne draufstehen, beziehen sich nur auf die Bruttomasse, also was der komplett wiegt und ist auch ein F3 Artikel. So wie Dupi, kenne ich persönlich noch nicht. Preislich liegen wir hier bei 10 bis 15 Euro. Und dann würde ich mal behaupten, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und schauen uns mal das Teil an, was das kann. Das ist wirklich richtig, richtig groß, das Teil. So Freunde, ich würde mal sagen, mein Abbrenner hier sieht noch ein bisschen leer aus, deswegen starten wir gleich mal, wie versprochen, mit dem 1 Kilo Color Vulkan. Ich habe hier auch eine schöne Bank. Alltäne hier. Okay. So cheg Ich habe hier auch zwei Kilo Сегодня. Ich mache hier auch drei Kilo, ganz schön. Und dann können wir gleich mal ganz schön in der Kilo Glenen. So weit drüben sind sie da runter und die Kilo ausatmen. Und das ist auch so nah, ich habe hier всем neue Kilo. So weit darüber nachdenken, etwas sehr ziemlich recht gut. So weit drüben sind das Kilo. So weit drüben sind wir jetzt noch mal kurz. So weit drüben sind wir hier zu. So weit drüben sind wir schon mal kurz. Und dann wird hier wieder hoch. Und dann wird das Kilo. So weit drüben sind wir jetzt in die Kilo. nur ein bisschen wenig sterne aber sonst ja